Process Mining ist eine Datamining-Technik aus dem Prozessmanagement, mit der Geschäftsprozesse durch digitale Spuren visualisiert, rekonstruiert, ausgewertet und schließlich optimiert werden können. Process Mining verbindet also die beiden Disziplinen Data Mining und Business Process Management. Wie kann man sich das genau vorstellen? Um Geschäftsprozesse optimieren zu können, braucht man zunächst einmal genaue Kenntnisse über seine Geschäftsabläufe. Häufig sind diese allerdings nur unzureichend dokumentiert oder aber es bestehen Zweifel an der Korrektheit der Prozessdokumentation. Besonders in großen Unternehmen mit komplexen Strukturen laufen zahlreiche Prozesse parallel. Von Forschung und Entwicklung über Logistik bis hin zum Einkauf produzieren sämtliche Abteilungen eine Vielzahl an Daten, was als Big Data bekannt ist. Process Mining kann nun überall dort anknüpfen, wo IT-Systeme eingesetzt werden. Durch Logfiles, Bewegungsdaten und andere digitale Spuren können betriebliche IT-Systeme rekonstruiert werden. Zur Verbesserung seiner Prozessabläufe bietet Process Mining folgende Möglichkeiten. Unbekannte Prozesse können auf Basis digitaler Spuren rekonstruiert und visualisiert werden. Durch eine Visualisierung können sich wiederum Fach- und Führungskräfte sowie das Management schnell einen Überblick über die tatsächlichen Prozessstrukturen im Unternehmen verschaffen. Für bestehende Prozesse kann überprüft werden, ob diese mit der Realität übereinstimmen. Man vergleicht also Ist- und Sollzustand miteinander und reagiert entsprechend. Darüber hinaus können auch kritische oder auffällige Prozesspfade und komplexe Muster mithilfe von Process Mining erkannt werden. Process Mining identifiziert Schwachstellen und Ineffizienzen im Prozessablauf. Durch die Erkennung kritischer Pfade und Muster können mitunter sogar Fraudfälle erkannt werden. Das wiederum ermöglicht weitreichende Verbesserungen der Geschäftsprozesse. Celonis ist ein führender Anbieter für Process Mining Software. Die Software erkennt unter anderem Ineffizienzen im Einkauf oder Schleifen in der Logistik. Sogar Betrügereien in der Buchhaltung werden durch Celonis Process Mining Software aufgedeckt. Durch den Einsatz der Software können die Qualität der Prozesse gesteigert und Prozesskosten gesenkt werden. Engpässe in der Produktion werden aufgedeckt und vieles mehr. Celonis Process Mining Software führt all diese Prozessspuren in Echtzeit zusammen. Abweichungen vom Optimum werden visualisiert, wodurch beispielsweise Schleifen oder Flaschenhälse auf einen Blick erkannt werden können. Zu den Kunden gehören unter anderem Bayer, Siemens, Vodafone und Energie.